Rosa Albach-Retti, geborene Rosa Clara Franziska Helene Retti, war eine österreichische Schauspielerin. Leben Sie gehört zu einer traditionsreichen Schauspielerdynastie. Rosas Vater war der Schauspieler und Regisseur Rudolf Retti, von dem sie auch ausgebildet wurde. Seit 1890 spielte sie an Berliner Theatern. Sie wirkte zunächst am Berliner Lessing-Theater, wo sie in der Titelrolle der Minna von Barnhelm erste Erfolge feierte. Auch Hosenrollen gehörten zu ihrem Repertoire. 1895 bis 1903 war sie am Deutschen Volkstheater in Wien engagiert und dann am Wiener Burgtheater. Dort erhielt sie 1905 den Titel Hofschauspielerin. 1928 wurde sie Ehrenmitglied des Burgtheaters, 1958 gab sie ihre Abschiedsvorstellung. Ihr Filmdebüt gab sie 1930 im Film Geld auf der Straße. Auch ihre Nachkommen waren berühmte Schauspieler. Ihr Sohn aus der Ehe mit dem K.U.K. Offizier Karl Albach war der Schauspieler Wolf Albach-Retti. Dessen Tochter, ihre Enkelin, war die Schauspielerin Romy Schneider. Rosa Albach-Retti starb im Jahre 1980 im Alter von 105 Jahren, nachdem sie noch zum hundertsten Geburtstag ihre Autobiografie so kurz sind 100 Jahre herausgebracht hatte. Ihr Ehrengrab und das ihres Sohnes befindet sich auf dem Wiener Zentralfriedhof. Dokumentiert ist die Nähe Rosa Albach-Rettis zum NS-Regime. Der Anschluss Österreichs an Nazideutschland im Jahre 1938 wurde von ihr in der kleinen Volkszeitung euphorisch kommentiert, sie und ihr Sohn waren fördernde Mitglieder der SS. Als großer Publikumsliebling und bekennende Verehrerin Hitlers wurde Rosa Albach-Retti von der NS-Kulturpolitik hofiert und in die sogenannte, gottbegnadeten Liste der Nationalsozialisten aufgenommen. Das alles tat der Wertschätzung Albach-Rettis nach dem Ende des NS-Regimes keinen Abbruch, wie die ihr nach 1945 zu erkannten Auszeichnungen belegen. Sogar ein Wiener Gemeindebau wurde nach ihr benannt, der in den 1970er Jahren errichtete Rosa-Albach-Rettihof im 19. Bezirk. Auszeichnungen 1955, Großes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 1958, Kainsmedaille 1963, Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst i. Klasse 1977, Großes silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.